So, letzter Tag in unserer Wohnung. Wir haben jetzt die Koffer gerade gepackt und werden jetzt in knapp drei Stunden, fährt uns hier der Fahrer rüber zum Hotel. Wollen wir die Koffer nicht rüber schleppen. Ja, dann gucken wir mal heute. Bis morgen wird dann auch nichts mehr groß was gehen. Wir müssen noch mal essen gehen, hier noch einmal Strand rauf und runter laufen und dann geht's morgen ab auf die Insel. Das war's dann. Bali zu Ende. Also vorerst. Wir sind hier nochmal eine Nacht in knapp sechs Tagen. Sie werden noch eine Nacht in Kuta. Aber das war's jetzt nicht. Zwar auch nicht. Schnell nicht. Zu schnell. So nicht. Okay, dann bis später. Bis zum nächsten Mal. So. Das war's. War die Zeit vorbei. Ja, Koffer. Alles schon gepackt. Und jetzt ziehen wir gleich jetzt mal um. Aber zur Zeit hier ist jetzt leider vorbei. Und ja, auf jeden Fall schön hier. Aber vielleicht kommen wir nochmal wieder irgendwo ran. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Letzter Abend, letztes Mal Nachtmarkt, letztes Mal lecker essen für wenig Geld und ja, wir essen jetzt nochmal und dann geht es gleich pennen, morgen um 7 Uhr wieder raus und dann war es das, Bali fast abgehackt, kommen wir nochmal einen Tag wieder, aber das lohnt sich ja schon fast nicht mehr, okay. Dann bis morgen. Und auch das letzte Mal geile Hähnchenspieße essen, die werde ich am meisten vermissen, fast am meisten. So lecker, kann man sich nicht vorstellen. So, wir gehen jetzt hier noch auf ein Stadtfest. Das haben wir schon die ganzen Tage gesehen, das ist süß, aber auch sind nie hingegangen. Und ja, checken wir hier nochmal das Stadtfest aus. Mal gucken, hier sind auf jeden Fall eine Menge Leute. Mal gucken, hier sind auf jeden Fall eine Menge Leute. Untertitelung des ZDF, 2020